Hallo zum Spiel Kaiserslautern gegen Mainz, der 20. Bundesliga-Spieltag und ja, jetzt geht's los in Kaiserslautern, ähm, hier im Stadion. So. Nein, dich kann man nicht hören. So. Mein Freund ist an der Leitung, mit dem habe ich das Ganze gestern schon mal gemacht, jetzt mache ich es aber nochmal neu, der sich nochmal, ähm, über die, der sich über die Allgäuer Lautschenkiefer, ähm, wer wo so abgelacht hat, auf den Trikots der Kaiserslautern, ne? Und jetzt geht's los. Ja. Jetzt geht's los. In dies, in diesem Stadion ein Kaiserslautern. Und jetzt geht's los. Lackitsch, der, das war nicht gut, Holpi, aufs Salai, das ist die Bildschirmübertragung von Skype, Moravec, Riewicz, und jetzt geht's ein Wurf. Ja. Moravec, mit der Flanke, nicht geklappt, Alagui. Auch hier richtig gut dazwischen gegangen, Mor, oh, der, das war ein Schimmelpass. Mor, oh, Moravec hätte da aus dieser Situation fast noch ein bisschen was gut gemacht. Jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist, holtbi, auf Alagui, Falspiel, meiner Meinung nach. Oder, das war Falspiel, auch mein Freund hat's so gesehen. Schöne, Falspiel, Schöne, Falspiel, Jena, Falspiel, Alagui, geklappt. Polanski noch da. Schöne, Fuchs. Schöne, Einwurf für die Lauter. Und jetzt Einwurf für die Mainzer. Schöne. Oh, das war schlecht. Es gibt zumindest 100 Leute, die das tun, ja? Es gibt 100 Leute und 17 Abonnenten, die das ansehen. Ja. Nein, das kostet nichts, das Abonnieren. Da kriegt man dann jedes Video, was von mir, meinem Kollegen, hochgeladen wird. Und gleich auf die Startseite zum Anschauen, dass man keins verpasst. Das ist bei jedem kostenlos, der bei YouTube angemeldet ist. Elicevic. Okay. Da musst du einfach nur auf unseren Kanal gehen und oben auf den gelben Abonnier-Button klicken. So, das ist Fuchs. Okay. Polanski. Elicevic. Lackic. Oh, die Lauter sind heute wirklich nicht gut drauf. Wo man ja sagen muss, Lackic ist ja sein letztes Spiel hier bei den Lauternern. Ich werde ja zum VfL Wolfsburg wechseln. Lackic haben wir nochmal. Und Riewic. Abstoss. So. Tifat. Zabafnik. Bungert. Karin. Bungert. Zabafnik. Aufholtby. Polanski. Zabafnik. Jetzt muss ich spielen auf Holtby. Mura weg. Oh, was für ein Fehler. Salai. Lackic. Auf Riewic. Ja, da war die Abwehr da. Karin. Schille. Fuchs. Polanski. Alagui. Oh, Rotnei gut dazwischen. So, jetzt sehen wir meinen Kollegen im Bordezimmer. Nein, Kollegen nicht. Mura. Auf weg, mein Freund. Weil ich das sehe, weil du deine Webcam am Laufen hast. Kirch. Schille. Dann könnte ich dich nämlich nicht hören, wenn du deine Webcam nicht eingeschaltet hättest. Lackic. Salai. Lackic. Lackic. Drüber. Gleich dürfte Halbzeit sein. Man kann keinen Tipp aufgeben, weil wir gleich die zweite Halbzeit spielen und dann gibt es da keine Zeit. Und jetzt ist der Halbzeitpfiff, piff, piff, der Halbzeitpfiff erklungen. Also bis zur zweiten Halbzeit hier bei DLTV PCM 2012.